Hallo liebe Zuschauer. Heute lernen wir ein Brief mit vier Beispielsätze für die Goethe-Zertifikat A1. Hören Sie weiter. Sie haben eine neue Wohnung und möchten Ihre Nachbarn in Ihre neue Wohnung einladen. Warum schreiben Sie? Wann? Wo? Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze auf den Antwortbogen, circa 30 Wörter. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Beispiel 1 Liebe Nachbarn Mein Name ist Ahmad, ich bin neu hier. Ich möchte euch gern alle in meine neue Wohnung einladen. Ich würde gerne am nächsten Samstag um 18 Uhr einen kleinen Party machen. Die Party ist im vierten Stock, rechts. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Herzliche Grüße, Ahmad Nouri Beispiel 2 Liebe Nachbarn Ich schreibe Ihnen, um euch in meine neue Wohnung einzuladen. Kommen Sie bitte am Samstag um 15 Uhr. Die Adresse ist Wilhelmstraße 12. Kommen Sie bitte pünktlich um 15 Uhr. Liebe Grüße, Ahmad Nouri Beispiel 3 Hallo Nachbarn Ich freue mich, Sie in meiner neuen Wohnung zu sehen. Lassen Sie uns am Samstag um 14 Uhr treffen. Meine Wohnung ist in der Wilhelmstraße 12, ersten Etage, links. Wir feiern zusammen eine kleine Party. Viele Grüße, Ahmad Nouri Beispiel 4 Liebe Nachbarinnen und Nachbarn Ich schreibe Ihnen, um Sie zu unserer kleinen Einweihungsparty in meiner neuen Wohnung einzuladen. Wann können Sie vorbeikommen? Die Party findet am nächsten Freitagabend statt. Wir wohnen im ersten Stock. Freundliche Grüße, Ahmad Nouri Wir trezeichnen Sie uns am nächsten Dingen. Wann über die Freundlich minist membrichen Sieg dieses Technical oplatzt mit den Wir binden sich die毒 verlassen. Wir beh Churchill captive dir die Idee. Wie ist meine Heτικ? Ja, wir fiert Mackember дальше. Wie ist angrabbest creature? Wie war die Kai, für mich? Wir binnen unsи bist.